So, herzlich willkommen zurück zu einer Episode nicht schon direkt von GTA 5, und zwar von GTA Online. Wir haben jetzt das neue Update, wie schon in der letzten Folge, wie gesagt, runtergeladen. Und da gibt es ein neues Feature, und zwar die San Andreas Flugschule. Und die werden wir uns jetzt nochmal angucken. Ich kann nichts versprechen, dass es jetzt klappt oder sonst irgendwas. Aber, wir probieren es einfach mal aus, einfach mal zum zeigen. Schauen wir mal. Zu den GTA Online Folgen, ich weiß nicht, ob ich sie öfters rausbringen werde. Müssen wir mal schauen. Ja, wird es glaube ich immer, wenn man so zwischendrin rauskommt. Nicht nur von meiner Seite, aber wahrscheinlich auch von Timothy. Aber, wir fliegen jetzt erstmal ein bisschen. Probieren erstmal den Außenlooping. Willkommen zu der San Andreas Flugschule, Okay, gleich als erstes. Das war schon zu viel gedreht, was ist jetzt los? Das ist jetzt natürlich doof. Wir wurden vom Playstation Network abgemeldet. Ja, wir probieren es gleich nochmal. Da gebe ich Michael mal recht. Ich hoffe, dass der Heute ist nicht alles. Dann müssen wir die Zeit dann überschreiben. Ja, das ist auch neu. Auch neu als Feature. So was liebe ich immer, wenn so was passiert. Normalerweise ist es selten der Fall, dass so was passiert. Aber wenn es passiert, dann ist es natürlich unangenehm. Gibt schönere Sachen. Was ist jetzt los? Ah, ok. So. Ok, das bringt jetzt nächstes. Erstmal mit dem Auto einsteigen. Ja, tolle Musik. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir mal den Motorrad. Ok, genau. Und dann kann es nichts machen. Ja, das ist ja, das muss man ja auch schon mal sehen. Ich bin mal so genau drauf. Ah, jetzt ist die Flugschule aktiv. Oh, was klebt denn hier hinten eine Haftbombe drauf, was soll das denn? Oh, was soll das denn? Und ein Gängslein. Genau. Ja. Was fühlst du denn von mir? Ich will nichts mit dir zu tun haben, lass mich einfach in Ruhe. So. So, hauen wir mal schnell ab. Nicht, dass er uns dann irgendwie noch mal abballert. So, und dann sind wir auch schon wieder in der Flugschule. Hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, ich kann dir das auch nicht mehr alles zeigen. In dem berühmten 15 Minuten YouTube Limit. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber... Tja, ich will euch gerne mehr zeigen. So, dann denke ich mal, wir können das Video wieder überspringen. Weil das... Ja, das kennen wir ja jetzt. Dann machen wir uns gleich auf. Wie gesagt, ich kann dir nichts garantieren, ob es klappt, ob es nicht klappt. Aber... Ich werde mir Mühe geben. Na, das ist gar nicht gut. Die Lage ist nicht gut. Das kriegt nicht gut. Ein Problem ist nochmal... Ja, okay, невacement. Geh, 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 toward the mark on a gain altitude. I can't say this enough. You've got a half altitude or your outside loop's gonna loop in the dirt. But keep your aircraft straight, dammit. If you spiral, I am not streaming you off the ground. On my mark, push the flight stick forward and hold it. Ready? No more. Execute the outside loop. Have I already done it? Let's do it again. No problem. Yeah, okay. I got it. Let's try this again. This is the surface. Again try it. For a single time we have lost. It looks not like this looks like it 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 looks like it's inside. Das war's noch mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr gut Seht ihr beim letzten mal haben wir es da noch hingekriegt Silbermedaille 6750 Schöller, nicht schlecht, 500 Punkte Ist doch immerhin schon mal ein Anfang So, und beim nächsten mal machen wir dann den Triebwerksausfall Das hätte ich auch schon klar sagen Naja, schauen wir mal Bis zum nächsten mal Ciao 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 Ciao